Ja, hallo Leute, ich bin Lornaus bei Zorro und das hier ist mein Kanal, ich denke, das wisst ihr auch. Aber ich muss jetzt leider mal was sagen, ähm, keine Kritik, die irgendwie am Zuschauer ist oder ähnliches, nein. Es ist leider eher was, äh, was an mir liegt, ist halt so, da kann ich auch nichts gegen machen, nämlich ich fahre in Urlaub, ähm, jo. So, ähm, und zwar leider für drei Wochen lang, ja, und, äh, nach Frankreich, falls es irgendjemanden interessiert, aber wahrscheinlich, ich glaube, so viele. Jedenfalls fahre ich drei Wochen lang nach Frank, äh, drei Wochen lang nach Frankreich und, ja, deswegen habe ich heute auch meine ganzen restlichen Videos hochgeladen. Das hier, das da, das da, das da und das da. Ähm, die ich halt noch so übrig hatte, aber vielleicht so als Hoffnungsschimmer, falls ihr es wirklich keine drei Wochen lang aushaltet. Ich kann mir das ja schlecht vorstellen, aber manche Leute gibt es so, die mich irgendwie ganz toll finden als als Player. Finde ich jetzt theoretisch auch nicht, aber, naja, das ist eure Sache. Und, ähm, ja, während diesen drei Wochen wird vermutlich jede Woche von einem, da ich ja kein Internet hab, kann ich ja schon mal nichts hochladen, aber jede Woche, hab ich ihm gesagt, äh, wird von Sera von LP, der auch diesen Hintergrundkanal gemacht hat, Dingensda und die auch hochgeladen hat, weil er bei mir nicht hochzuladen ging, weswegen auch mein Kanalpasswort hat, ähm, aber dem kann man vertrauen und so, von daher passt das. Von dem wird, äh, dann wahrscheinlich jede Woche ein Video hochgeladen werden, hab ich ihm jetzt gesagt. Und zwar, kein normales irgendwie so ein Video zu diesen Sachen hier, sondern, nee, rausschauen, ich will das Video nicht anschalten hier. Ähm, wo ist das, wo ist das, ganz unten müsste es sein. One Piece Grind Battles von Colosseum, und zwar, als Re-Let's Play, das heißt, als, beziehungsweise Let's Play Again, dann steht hier noch so ein Again in Klammern zwischen. Ja, ja, und das sind drei fette, fette Parts, mit, äh, der kompletten, also Part 1, umfasst diese drei Videos, ungefähr, ähm, würde ich sagen, oder, ja, Part 2, umfasst dann, ähm, ja, umfasst dann, äh, dieses hier quasi, und so weiter und so fort. Das, ähm, naja, ungefähr war es jetzt nur so gesagt, weil, äh, ich hab das in einer anderen Reihenfolge gemacht und so weiter und so fort. Aber schaut euch nicht diese Playlist an. Mag ich nicht. So, obwohl, wär ja irgendwie dumm. Mir schadet mir damit jetzt selber, aber ich mag's ja eigentlich wirklich nicht. Egal, ähm, jedenfalls, das wird's geben, Let's Play Again, One Piece, Grad Battles, wenn Colosseum. Und, äh, ja, das gibt's dann halt, wie so, drei Wochen lang. Jede Woche ein Video, was auch dann, äh, so lang ist, dass es zumindest nicht zu wenig ist, also, ähm, ihr müsst dann halt damit durchstehen. Immerhin besser als nichts, ne? Und ich werd dann wahrscheinlich im Urlaub auch ein bisschen was aufnehmen, so. Ich hab ja bald auch, ähm, 150 Ammonenten. Ich werd mir dann auch mal Gedanken machen, was ich da als Special mache. Definitiv irgendwas mit der, äh, Community. Und Seraphon wird da bestimmt auch dabei sein. Und, äh, Rüdiger, mal schauen, ja. Und, äh, ja, das mach ich dann. So, denk ich mal. Wie es jetzt weitergeht mit den anderen Projekten, so die hier. Ähm, erst mal klar, mindestens drei Wochen lang gibt's davon nichts. Star Wars Battlefront 2 werde ich nicht mit Urlaub aufnehmen können, weil ich da für Steam brauche. Für Steam braucht man bekanntlich Internet. Ähm, ich würd's also gerne mal kurz pausieren sogar. Weil wir sind, glaub ich, auch jetzt mit, ähm, der, ähm, ganzen Dingenstar mit, äh, Republik und so, glaub ich, durch. Und deswegen, glaub ich, kann man da mal einen Schlussstrich drunter drehen. Wobei, wir auch natürlich in Mario, äh, 3D-Land bald mal eine Pause machen können, weil wir damit, äh, hauptsächlich durch sind. Naja, denn, äh, was ich eigentlich damit ankündigen will, dass ich jetzt halt One Piece Grand Battlefront Kolossierungen gemacht hab, ist, dass jetzt einfach mal Zeit ist, ihr wisst es wahrscheinlich, ich hatte jetzt bestimmt, mal schauen, wie lang ist das jetzt her. Ähm, ähm, es ist ewig hier eigentlich schon. Seit ich mit einem Limited Cruise SP fertig geworden bin, hab ich kein One Piece Projekt mehr laufen. Und das bei jemandem, der seinen Kanal eigentlich nach One Piece gerichtet hat, benannt hat und so weiter. Das ist natürlich auch nicht so, ähm, gedacht, sagen wir mal. Ähm, ja, und deswegen... Deswegen gibt's jetzt einfach mal, sehen wir hier mal, oh, seit, ähm, März. Naja, äh, deswegen gibt's jetzt weiter mit, ja, Let's Play Again, One Piece Grand Battlefront Kolossierungen. Und dann werde ich, äh, nochmal fertig machen One Piece Great Spirit. Fire Emple muss ich auch noch fertig machen, das ist mir auch sehr wichtig. Und vor allem will ich's nicht fertig machen, nachdem Zelda Girl jetzt beendet hat. Ich mein, hab ich angefangen. Ja. Na gut. Äh, und, ja. Und danach gibt's natürlich noch Gigant Battle. Und weitere. Da sieht man's auch hier. Geplant. Und ihr könnt natürlich auch, was ich vielleicht mal dazuschreiben kann, äh, könnt immer gerne, wenn ihr irgendwas für mich macht, ne, ich kann's mir zwar nicht vorstellen, dass irgendjemand so verrückt ist und mir irgendwie so ein Mario Hack oder APG Maker Spiel oder sowas macht, glaube ich. nicht, aber falls es da mal zu mal kommen sollte, dann können die mir das natürlich schicken, äh, schicken und dann letztendlich das selbstverständlich auch. Ich mein, allzu viel kann's ja eh nicht sein. Ich glaub nicht, dass ich so viele übermäßig bekloppte Fans habe, die das für mich machen würden. Ähm, ja. Also, ja. 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 Ich kann zwar kein Französisch mehr, aber egal, ähm, und, ja. Ich denke, ihr werdet das aushalten, weil vor allem dann drei Parts von Grand Battles und Colosseum kommen. Und den Rest nehme ich dann in Frankreich noch auf und bearbeite das auch noch und so. Ja. Hab jetzt leider nicht mehr aufnehmen können, dann hättet ihr sogar noch mehr bekommen. Aber nein, jetzt, äh, will ich auch mal einen Schlussstrich hier ziehen und das Video beenden. Ja. Jedenfalls würde ich sagen, schöne Ferien wünsche ich euch. Und mir selber auch. Ähm, bis dann. Schau, euer Lord of the Zorro. Ich hoffe, ihr erhaltet das durch. Ende.